Mein Name ist Neil Czani. Ich fahre für das Tagheuer Porsche Formula E Team und berufe glücklicher Wiese Rennfahrer. Ich habe angefangen mit Go-Kart zu fahren, zu leise auf der Kartbahn. Wenn ich meinen Rennstil charakterisieren müsste, denke ich sehr über Late. Eher auf der analytischen Seite. Ich weiss auch, dass Brechstang normalerweise nicht viel bringt. Ich habe bisher viele Erfolge in der Karriere gehabt. Hier herauszustrechen ist ein bisschen schwierig. Denn die Karriere für mich ist bisher ein Erfolg gewesen. Ich hätte mir das nie gedacht, dass ich alle die unglaublichen Renaultos mal fahren würde. Aber sicher war Le Mans sehr schön gewesen. Aber es gibt auch andere Momente.